ja was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video nach neun monaten ist es endlich wieder soweit wir spielen wieder territorial und es ist lange lange her muss ich ehrlich zugeben es war sehr lange her dass ich jetzt aufgenommen habe ich sag mal so es war sehr sehr lang dass ich jetzt kein territorial aufgenommen habe aber ja wie gesagt neun monate ist es her und wir gehen rein in die maps erstmal natürlich und spielen in europa natürlich ganz klar ist wir sind natürlich deutschland wir gehen nach bremen ich weiß jetzt nicht genau da brem es sieht nicht dabei doch ist eigentlich ganz gut getroffen naja wir rasieren jetzt hier erstmal schön nachdem wir jetzt neun monate lang das spiel nachdem ich jetzt neun monate dieses game nicht mehr gespielt habe wird es mal wieder zeit territorial io zu zocken und aufzunehmen ich habe es auch zwischendurch ehrlich gesagt nicht mehr weiter gespielt Prozent weil es hat einfach für mich nicht gebockt so ich hatte da einfach keine lust zu die ganze zeit über da mal rüber 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 hier da mal rüber und ja deswegen kam jetzt auch kein territorial io mehr nicht weil ich kein also klar es hat zwar irgendwo gebockt das game aber irgendwie ist es halt auch immer wieder dasselbe halt so du bekämpfst halt einfach andere leute und versuchst zu gewinnen also es ist halt einfach ja praktisch gesehen ja einfach gefühlt wie jedes andere kriegsgame aber naja es ist halt funny außer dass es keine mucke hat so dass es an sich ein bisschen schade dass es so lautloses game ist wo man kann ja nicht alles haben im Leben die Idee mittlerweile kann man durch auch hier so ein bisschen aber damit der da weiß wer spielt ich bin deutschland der dr 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 da kann ich gut truppen dafür sagen umfasst du versuchst die und da hoch dann wird mich auch dauerung sagt ach da unten sind wir auch schon aber es leben noch neun leute was zum teufel da unten ist ja noch einer wo sind ja noch einer als ob das doch einer war ja nur die herr und ist doch gar nicht er war schweilig pro aber doch da oben ist dort um ein paar truppen er wieder angefangen kommen hier jetzt habe ich aber den da oben nicht mehr einnehmen können okay anscheinend ist es wirklich egal wie viele Leute dann noch irgendwie ist so aber ja kommen wir machen noch ein Wurzeln und dann Prozent oder wo sollen wir hingehen wo sollen wir hingehen lassen wir wieder nach Deutschland und dann hierhin nur das durch Bremen weil ich ja ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung ich bitte einfach irgendwo in Deutschland hingeklickt oder dass ich keine Ahnung haben Hannover bin kann ja auch sein ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung so hier den wo man zuerst ist dann wurde ich mit den Kollegen hier in der sohle ich mit den Kollegen in der sohle ich mit denen und denen und denen und denen und denen gehen wir mal nach England rüber und uns den hier und uns den Kollegen dann den hier und den hier perfekt so dann haben wir da wenigstens schon mal ein bisschen Ruhe und können da mal drüber so da schon mal hin da schon mal hin da schon mal hin und da schon mal hin und da hin und da hin und da hin und da hin dann so dann so da hinten wie man stress da bei uhr da ein bisschen hier so ein bisschen man merkt auf jeden Fall ich habe dieses Game gut durchgespielt also er gut durchgesucht wird auf jeden Fall Prozent Pater ein paar Zeiten über Prozent merkt das auch das ist doch gut drin also dass ich auch strategisch hier vorgehe sondern also dass ich nicht einfach sagt so ja wir gehen jetzt da hin und dann werden von anderen Seite geholt so und deswegen ist es eigentlich ganz clever was ich hier mache so gut jetzt haben wir die gut alle auseinander genommen nehmen wir da noch mal da noch mal was einnehmen so jetzt müssen wir halt noch müssen theoretisch noch hier drüber später aber das kriegen wir auch alles hin jetzt hier haben wir ein paar Leute hin zack schmupp perfekt da haben wir noch einer da haben wir da haben wir rüber dann hauen wir mal rüber dann hauen wir mal rüber da zu lange bis wir da sind aber egal ich gehe mal trotzdem hin sag mal na hör mal hier kriegst du mich ich jetzt aber ich gehe mal ganz gut da hin da hin dann können wir theoretisch von hier darüber sag mal wo es sagt er ist weg er braucht es nicht mehr versuchen den den klicken und auch ohne in der hoch jetzt habe ich den erst besiegt ich bin jetzt erst besiegt den 1 okay wenn er jetzt was hier holt dann so wird sich erkennt zu verschaffen was von mir zu holen aber ich glaube nicht denn da war bald so müssen wir jetzt noch theoretisch wird erlassen wir hier noch mal kurz gucken hier noch irgendwo wer ist das ist jetzt erst die armee kommt äh und zwar ich rede von meiner armee hier ich sehe hier zu oben kein deswegen gehen wir mal hier rüber was man da auf die insel wo er ein bisschen was von mir bekommen hat als ob der was von mir bekommen hat wohin will er jetzt er sieht schon ich komme jetzt und dann ist er weg weg vom fenster so da ist er da sieht man denn jetzt und da ist er tschüss wo bist du weil vor allem ist leben noch voll viele an den moment 13 leute ah ok also ab top 13 leben noch welche ich bin bist du denn ganz egal komm holen wir mal hier eh das Ding da dann da hin ey wenn ich da ich sei da glaube ich gerade ein zweites naa wenn ich da zwei Brote sind egal kriegen die hier wenigstens ein bisschen Unterstützung wobei brauchen wir eigentlich gar nicht weil ganz ehrlich jetzt bin ich eh auf der Seite angekommen wie schnell das gerade ging so wo ich mir das schöne Ländchen hier noch gut ich glaube die habe ich jetzt gut siegt na wo man hier noch was wird das mit dem was da hinten sind die doch hä diese ok ah ok die sind glaube ich auch noch oben das ist dieses go go links na ja das die hier äh äh die dürfen jetzt aber eigentlich auch nicht mehr ne die sind jetzt auch aus da war so nicht so schon mal nicht so schon mal nicht oder alles weg und das auch noch die wir hier runter ich kann mich mal kurz hier oben rum weil die nerven grad ein bisschen meiner meinung nach das auch da hin da hin zack 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 ach da einmal hin da einmal hin lass mich raten die sind immer noch da da sehen wir da sehen wir da sehen wir wo uns die kollegen hier noch da 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 nix ach da bist du denn was machst du da unten ganz sag doch warum sagt mir keiner was da noch ist wenn man nicht genug trocken ich habe nicht genug für mich und dagegen ich komme ich habe 500.000 Punkte und ich habe eine Gesamtarmee von 12 Mille also was willst du da machen was willst du da groß machen und jetzt geht es jetzt darüber schwupp weg ah ne hier sind sie noch da sind die noch da sind die noch zwei leute leben der ist weg zack 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 und zack gewonnen ach als ob ich doch von oder nicht hä ach ich habe auch nicht genug sachen eingenommen ja gut warte mal dann lass mich noch mal schnell ein paar größere noch einnehmen so ein paar große in sind zum beispiel noch das sollte jetzt eigentlich reichen um den und zu holen hä warte ist gerade so lange bis ich den win habe hä muss ich den noch einnehmen äh den ich mach einfach noch ein paar hier zack mal warte also gewonnen habe ich so oder so ist es keiner mehr da außer ich also von daher ah geht doch leute wieder mal gewonnen ok kein wunder ich keine ahnung wie oft ich dieses game immer gezogen habe Leute wenn es euch gefallen hat diese äh wunderschöne folge von äh territorial.io dann lasst doch sehr gerne ein like und ein abo da würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder haut rein bis dann tschüssi